ein ganz herzliches willkommen liebe zuschauer willkommen hier heute abend bei astro tv mein name ist annett unterberger ich bin hellsichtiges medium ich begleite sie die nächsten zwei stunden hier durch die sendung ich habe von kindesbeinen an den kontakt zur geistigen welt ich erhalte botschaften auf wunsch erstelle ich euch einen jenseits kontakt den kontakt zu einem verstorbenen menschen und übermittel euch die botschaften schwerpunktmäßig stehen die engel bei mir im vordergrund ich mache ganz ganz viel engelarbeit und dazu ist zu sagen wie ihr sicher wisst hat jeder mensch einen erzengel an seiner seite der für ein bestimmtes thema steht erzengel können im laufe eines menschen wechseln nämlich dann wenn das nächste thema ansteht ich übermittele euch die engelbotschaften das bekomme ich auch von der geistigen welt übermittelt ja ansonsten mache ich ganz viel licht und energiearbeit das heißt ich kann mit energien arbeiten ich lasse energien fließen mein werkzeug sind meine heilenden hände ich lege hände auf und kann dadurch ganz viel erfüllen ich erstelle seelenanalysen dann werfe ich auch manchmal bei bedarf einen blick in die kristallkugel die kristallkugel ist aber nicht so zu verstehen dass da ein bestimmter film abläuft nein die kristallkugel zeigt mir immer an den verlauf einer sache die karten die habe ich dabei die dienen mir als präzise zeitangaben und heute dreht sich auch alles um die karten weil dieses spektrum kann ich gar nicht erfüllen hier in einem abend aber alles was ich so empfange ich versuche ihnen wirklich jede frage zu beantworten und sie gestalten die sendung mit mir mit die nächsten zwei stunden und da kommt auch schon ein anrufer hallo hier ist die annett wen habe ich am telefon hallo annett hier ist annett hallo hallo ich habe eine frage und zwar habe ich jemand kennengelernt aber noch nicht gesehen ja und wollte mal fragen was er denkt und fühlt über das jawohl das machen wir gleich die fühlsebene damit fangen wir an was er denkt was er fühlt und was er letztendlich tun wird gerne kannst du mir den namen sagen von ihm an hannes ich weiß nicht ob es eine absetzung ist das macht nichts aber man nennt ihn so man ruft ihn so also das ist ein sehr sensitiver mann kann ich dir sagen der denkt also er hat viele träume und erlebt auch das was er sich wirklich vornimmt dass er bestrebt er dass er das auch lebt ja also der redet nicht so der weiß genau was er will was er fühlt er hat sehr viele gefühle erfinde dich er wird dich sehr attraktiv finden und die sache kommt wirklich in gang was ihnen so ein bisschen die liebe wird sich hier entfalten ganz bestimmt es gibt so ein bisschen die umwege weil die ängste stehen ihm etwas im wege aber ich bekomme rein du kannst die nuss knacken du schaffst es ihm die ängste zu nehmen alles liebe ich danke dir ja liebe zuschauer wir sind auch schon mittendrin wir sind in der gefühlsebene das ist was er oder sie denkt oder fühlt hier ist schon mein zweiter anrufer hallo ist die annette hallo hier ist elfriede guten abend elfriede guten abend hier ich habe meine frage wird noch mal ein mann auf mich zukommen als guter freund oder darf auch ein bisschen mehr sein wir sind zwar in einer anderen runde aber ich bekomme ja und ich sehe es ziemlich hell ich bekomme keine zeitangaben aus der geistigen welt aber wenn ich es so relativ hell sehe dann ist das nicht in allzu weiter ferne mehr kann ich dir zeitlich dazu nicht sagen danke tschüss ja danke schön tschüss hallo hier ist die annette mit wem spreche ich anne guten morgen oder hunden morgen kann man sagen sehe ich das richtig dass du für langer zeit schon mal auf sendung warst ja das ist ja ja ich erinnere mich an dein gesicht dankeschön was kann ich für dich tun ich hätte gerne das highlight oder die highlights die highlights okay wir sind bei den ereignissen ja also das was kommen wird ja das ist ja interessant sonst braucht man nicht zu fragen na klar sonst erlebt man so ist das also schauen wir da mal rein du lernst wirklich in der tat jemanden kennen du wirst eine partnerschaft eingehen es gibt ja viele veränderungen in deinem leben ich habe zum beispiel den finanziellen aspekt sehr gut bei dir liegen und du bist auch hier du hast erfolg weil du bist wirklich ein mensch der mit dem herzen sieht und deine gefühlsebene lässt sich nie im stich das ist doch ein sehr schöne kartenlegung genau und aussage ja und ich habe das wirklich hier also du kannst diesen herbst schon damit rechnen ja ich habe ja einen herrn einen weggefährten den ich mir wünsche ja ja das ist er weil ich sagt ja diesen herbst es ist schon so nah ja wir haben wir jetzt ein paar tagen schon herbst oder jetzt schon der kalendrische genau ja ich danke dir alles liebe danke dir auch ja die gefühlsebene sind wir mittendrin oder die ereignisse hallo hier ist die annett hier ist die eva ich grüße dich ich habe eine frage kannst du mal schauen wann es bei mir energetisch wieder besser wird wenn es wieder positiver bei mir wird ja das wird positiver in kleinen schritten aber ich brauche meine zeitkarten weil ich bekomme keine zeiten geliefert du bist ziemlich unten ja zwei monate in den nächsten zwei monaten hier du gehst in deine stärke und bitte lass die ängste und die selbstzweifel raus sonst stehst du dir nur selber im weg hier ist die klarheit das glück der weg wird klar die heilung das klingt sehr gut ich danke dir tschüss tschüss hallo hier ist die annett hallo hier ist die britta britta guten abend was kann ich für dich schau mal was mein herzensmann für mich empfindet die potzeln schon raus der finde dich auf jeden fall super der ist glücklich dass er dich hat und dass er dich hat dessen ist es sich bewusst der weiß sehr wohl her dass er so was ich nicht mehr bekommt weil du bist eine starke frau okay das ist ja schon mal eine aussage und es festigt sich oh das ist ja schön meinst du wir sehen uns in diesem monat ja ein eindeutiges jahr ich habe den september dankeschön alles liebe ich dir auch bis dahin so liebe zuschauer bitte achtet auf das laufband mit den mitmach regeln wollte ich euch sagen werden eingeblendet hallo hier ist noch mal die eva noch mal die eva du hast glück ja kannst du mal schauen was ich für ein highlight habe ja mache ich habe einen ganz schlechten empfang das ist ganz leise es tut mir leid soll ich lauter reden ja okay alles klar alles besser ja du wirst mal in selbstvertrauen gehen weil ich sehe du hast hier irgendwie das vertrauen verloren du gehst in deine stabilität ich habe sachen die du zu ende bringt die eine neue basis zum guten bringen ja und du wirst die richtigen entscheidung treffen und meine liebe du hast eine reise da drin liegen planst du eine reise nein eigentlich nicht na dann warte mal ab vielleicht ergibt sich irgendwas wo du sagst jawohl das könnte ich machen ja okay ich danke dir gerne tschüss hallo hier ist die annett hallo ich hätte gerne mein highlight wie heißt du denn pecky okay pecky dann bist du tierlieb blöde frage hast du den wunsch der einen hund anzuschaffen ja der kommt der hund und zwar auf dem schnellen weg da ist ja und der hund der hat es unheimlich gut bei dir und du wirst dich wohlfühlen und das wird dein ganzes du fühlst dich geborgen das ist wie ein guter freund der wird dir in ganz vielen sachen helfen und du fühlst dich auch beschützt durch diesen hund ganz wichtig du hast nämlich manchmal ängste ja das stimmt okay und der kommt auf mich also dass ich da selber was für tun muss gar nichts tun wenn der kommen soll dann kommt der hinterfrag ist nicht der hund kommt okay super alles liebe tschüss hallo hier ist die annett hallo ich hätte gerne die ereignisse die ereignisse so dann schauen wir mal da rein ja du hast auch bestimmte sachen die du dir wünschst du hast träume ja es könnten hier auch hier sind für das schöne anschaffung sein das kriegst du alles hier hin und ich denke es wird sich ganz viel im häuslichen bereich tun dass du da so die erziele setzt was du dann umsetzt hast du noch eine frage dazu ja also meistens ist es so was ich sehe das kommt auch manchmal im nachhinein das muss ich jetzt nicht sofort muss es an der tagesordnung stehen das kommt was ich sehe das kommt ja wir sind immer noch in der runde gefühlsebene an sondern ja hallo hier ist die annett hallo ist die maria maria sei gegrüßt was kann nicht für dich tun richtig auch ich hätte gerne die ereignisse so liebe maria gibt es einen bestimmten mann in deinem leben nein ich bin allein da kommt einer und der kommt in kürze habe ich so eine zeitspanne von vielleicht sechs wochen der ist da ihr schaut euch hier schon an und du bist diejenige die die entscheidung trifft und ansonsten habe ich den erfolg im beruf und sogar falls du einen neuen start wagst einen arbeitsvertrag okay eine reise liegt mir drin und es ist eine liebesreise und das ist hier mit diesem mann alles danke schön danke schön danke schön so meine zuschauer jetzt kommt ganz kurz die infos ich bin sofort wieder für sie da die teilnehmerauswahl erfolgt nach anrufe aufkommen und unter redaktionellen gesichtspunkten danach bestimmt der redakteur den zeitpunkt zu dem ein anrufer ins studio gestellt wird den nicht ausgewählten anrufern wird dies durch eine ansage mitgeteilt auch in diesem fall ist der anruf kostenpflichtig die teilnahme an der tv-beratung ist nur volljährigen anrufern gestattet nicht jeder anrufer wird in die sendung durchgestellt so jetzt bin ich wieder für euch da mein name ist annett unterberger wer mich jetzt vorhin nicht gesehen hat ich bin hellsichtiges medium ich übermittele euch botschaften aus der garstigen welt ich stelle jenseits kontakte hier ich werfe einen blick in die kristallkugel ich erstelle seelen analysen ich mache ganz viel engelarbeit auch engelbotschaften die engelbotschaften das machen wir später auch noch im laufe der stunde und ich kann sie nur herzlich einladen hier an der runde teilzunehmen gerne können sie mich alles fragen was sie wollen hallo hier ist die annett hallo annett die brigitte maria was kann ich nicht tun ich habe auch nicht fragen wenn ich und meine ältere schwester mal wieder zusammen da brauche ich meine zeitkarten das kann ich dir nicht sagen aber er werde zusammentreffen wie lange hast du sie noch nicht gesehen ja ich habe sie nur vor kurzem vor zwei wochen auf einer beerdigung gesehen das war kein schönes ereignis ja aber wir sprechen ja auch oder sie spricht mit mir nicht ja also ich habe das ich würde sagen innerhalb der nächsten zwei monate wenn ich viel schneller es ist irgendwie eine ganz spontane sache aber es dauert nicht länger als zwei monate okay wir haben vielleicht eine familienkreis geplant unter kusinen ob sie da hat dann wohl kommt siehst du da was ich bekomme rein das entscheidet sie kurzfristig wie sie sich fühlt sie ist nicht so sie ist irgendwie ein harter brocken den man so nehmen muss wie sie halt ist ja so ist total ja ja danke dir ich drücke dir die daumen alles liebe danke tschüss ja liebe zuschauer sie gestalten die sendung mit wir sind mittendrin sie können mich alles fragen ich beantworte ihnen alles was sie wissen möchten und ganz wichtig ich arbeite immer sehr authentisch je mehr sie sich einlassen desto mehr kann ich für sie tun die karten sind ein guter wegweiser aber ein schlechter ratgeber denn die türe zum richtigen weg die türklinke müssen sie schon selber in die hand nehmen und über die schwelle treten die entscheidung kann ich ihnen nicht abnehmen hallo hier ist janet hallo guten morgen hier ist die bergit hallo bergit was kann ich für dich tun ich hätte gerne meine highlights jawohl also diese ereignisse die ich weiß ja schauen wir mal was auf dich zukommt dir brennt irgendwas auf der seele du hast einen ganz tiefen wunsch na ja in zwei sachen einmal was finanzielles und ein mann diesen mann das kann ich dir jetzt schon sagen der hat ängste der ist zögerlich aber das brauchte ich hier nicht verunsichern sei einfach geduldig da schon mal da ist er schon und er geht ins licht da wird es ganz hell und die veränderung kommt so wie ich dir das gerade gesagt habe und das wird was die bindung liegt hier die kommt in gang der hat halt nicht so schnell mit entscheidungen kann sich manchmal schwer bis gar nicht entscheiden aber hier ist es geht schon über jahre ja ja aber der neu beginn der kommt hier nur ein bisschen über umwege ich sehe die blockaden hier schon weg und euch beiden hier ich weiß es nicht ich denke das kann jetzt die nächsten zwei jahre sein wie ich da rein schaue aber hier liegt ein mietvertrag also das wird noch eine ganz feste basis mit ihm das ist schön bleibt dran danke ja kannst du kannst du es auch das finanzielle sehen also das war der andere wurden die finden ja habe ich die beständigkeit drauf dass das wird gut bleibt dran ja ganz lieben dann gerne tschüss tschüss so bitte achtet wieder auf das laufband mit den mitmach regeln hallo hier ist die annett hallo die brigitte noch mal ja 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 jetzt auch bitte auch mal auf die finanzen kommt da noch was von außen kriegsfortuna oder ja du meinst ob du im lotto gewinnst du ja ja oder sonst ja oder wir schauen mal wir haben alle eine finanzspritze nötig ja die finanzen ja im dezember ende des jahres also ich kann mich nicht dafür verbirgen das kann noch der januar februar sein im winter ja ok und das eher so mit dem lotto oder siehst du da was aus seinem arbeit kannst du das sagen äh ich kann dir nur sagen dass dass du finanziell keine ängste haben brauchst keine ok das ist mir auch schon mal beruhigend ja herzlichen dank bitte gerne so fühlt ebene oder highlight was sie wollen ich kann sie immer dazu einladen hier anzurufen hallo hallo isabella hier hallo isabella was kann ich für dich tun annett kannst du mal auf meine spiritualität schauen bitte was da kommt sehr sehr gerne das schaue ich mir sehr gerne an ja guck mal das ist schon auf dem weg du wirst es mal hauptberuflich machen da liegt der erfolg und du kannst es du machst es hier auch wirklich mit herzblut und ich habe hier auch so den draht nach oben in richtung hellsichtigkeit was ich sehe die ängste stehen dir manchmal hier im weg vergisst die und du wirst damit geld verdienen das habe ich noch mal bestätigt moment also ich sage also bis du geld damit verdienst nächstes jahr im sommer ja bitte ok ich danke dir ganz herzlich alles liebe für dich danke dir tschüss hallo hier ist die annett annett hier ist die bau war schönen guten morgen guten morgen ich hätte gerne die highlights bitte ja bitte gerne also du hast glück im ich wollte beinahe sagen spiel also glück mit den finanzen ja finanziellen aspekt und ich habe hier veränderung in sachen beziehung damit meine ich aber hier auch familie hast du kinder ja ja eins deiner kinder hat schwierigkeiten da solltest du ein bisschen unter die arme greifen und helfen ich habe da so ein bisschen und was ist das jetzt eine tochter oder sohn eine tochter die tochter und das habe ich im emotionalen bereich ja die bewegt irgendetwas aber du bist mutter das weißt du selbst am besten ja ja und ansonsten habe ich hier auch im freundeskreis steht ja viel besuch ins haus hallo hier ist die annett hallo guten morgen hier ist erika guten morgen eine frage ja noch mal lebenspartner den gibt es ja ich meine das dauert noch das ist nicht so schnell aber ich schaue mir jetzt die zeitkarten an und generell oh ja die liebe da schon mal die fliegt ja hier schon raus also von der zeit her entscheide ich mich im nächsten halben jahr liegt hier kontaktanzeige falls du da irgendwie in der richtung was machst hallo hier ist die annett einen schönen guten abend mein name ist irene irene guten abend was kann ich für dich tun ich möchte gerne die gedanken und die gefühle von meinem herzen sehr schön wie heißt der der bernhard so bernhard einer der sich lange zeit lässt der lange hin und her überlegt aber ein sehr gründlicher mensch und hier der fühlt hier wirklich ernsthaftigkeit und er ist auch ein mensch der sehr auf sicherheit bedacht ist ja also der braucht von dir immer so die rückmeldung du willst ihn und du unterstützt ihn und was es festigt sich wirklich also es wird immer besser und es kommen wunderschöne zeiten auf dich zu und im nächsten viertel jahr geht es wirklich top voran ja alles liebe ich stelle mich euch noch mal vor wenn mich jetzt noch nicht gesehen hat mein name ist samet unterberger ich bin hellsichtiges medium ich stelle auf wunsch jenseits kontakte her ich habe von kindesbeinen an den draht zur geistigen welt erhalte botschaften ich arbeite sehr viel mit engel mache engelarbeit energie und lichtarbeit ich habe meinen heiler ich stelle seelenanalysen her ich kann dich in vergangene leben zurückführen ich schaue in die kristallkugel ein breites spektrum aber heute abend arbeiten wir mit den karten schwerpunktmäßig das sind meine zeitangaben weil ich über die hält sich keine zeitangaben bekomme und ja die karten können einem den weg weisen sollten aber nicht zum alltäglichen ratgeber werden verlass dich bitte auf deine intuition jeder mensch hat ein bestimmtes bauchgefühl einen siebten sinn nenne es wie du willst aber darauf solltest du bauen und vertrauen und nur wenn man sich selber gut kennt dann kann man auch vertrauen ja also ja horch in dich hinein und jetzt kannst du mir alle fragen stellen die dich bewegen ich lade dich sehr herzlich ein hier in dieser runde teilzunehmen wir sind mittendrin gefühlsebene was denkt er oder sie was fühlt er oder sie und was tut er oder sie letztendlich oder hol dir dein ereignis die highlights ab was in der kommenden zeit in den nächsten monaten auf dich zukommt wir machen ganz schnell noch die infos es geht gleich weiter die teilnehmer auswahl erfolgt nach anrufe aufkommen und unter redaktionellen gesichtspunkten danach bestimmt der redakteur den zeitpunkt zu dem ein anrufer ins studio gestellt wird den nicht ausgewählten anrufern wird dies durch eine ansage mitgeteilt auch in diesem fall ist der anruf kostenpflichtig die teilnahme an der tv beratung ist nur volljährigen anrufern gestattet nicht jeder anrufer wird in die sendung durchgestellt so wir machen weiter hol dir du darfst dir gerne ein highlight abholen du darfst dir später da gehen wir rüber engelbotschaften abholen hier ist die annett hallo hallo hier ist die angelika grüße dich angelika sei gegrüßt kannst du mal schauen ob ich noch in eine partnerschaft gehe aber gerne schaue ich dir danach ach du bist schon sehr lange alleine ne ja ja bei dir wird Zeit und ich sag dir immer wenn man ganz lange allein war kriegt man das doppelt und dreifach zurück ja das wäre schön ich krieg hier rein du hast die wahl sagen sie mir so hoppala da was sag ich zwei ja zwei es kommen zwei männer die müssen jetzt nicht hier im bild liegen ich hab da ich hab die ernsthafte partnerschaft hier liegt der mann und ich meine wir nehmen ja nur einen wir nehmen ja nicht zwei also der richtige schau mal hier das finde ich so toll die veränderung die da kommt und der ist ganz sensitiv ein ganz einfühlsamer mann der auf deine bedürfnisse eingeht der dich nicht unterdrückt oder den den macho raushängen lässt wirklich sehr sensitiv und vom schicksal da liegt das schicksal vom schicksal wirklich gewollt und geführt und das wird auch hier eine ganz feste stabile partnerschaft das ist der lebensbaum das ist schön und wann wird das passieren also zeitangaben manchmal sind zeitangaben wirklich schwierig ich habe hier spätsommer herbst wobei ich dir jetzt nicht garantieren kann dass es in diesem jahr noch ist ja aber der kommt der richtige kommt okay das ist schön vielen vielen dank alles liebe dir auch danke tschüss so wenn ihr wollt gehen wir mal anonym das heißt keiner hört uns zu ein vier augen gespräch ihr könnt mich anrufen wenn ihr wollt und anonym reden ohne dass jemand zuhört hallo hier ist die annett hallo hier ist gut gut ja du bist auch eine mit konkreten wünschen ja du hast vorstellungen leben das wollte ich dir damit sagen ich wollte jetzt nicht rauskitzeln was du dir alles ich und was für welche du bist eine ganz starke frau sagen sie mir du setzt es um und gibst keine ruhe bis es hast so der erfolg kommt ganz schnell und plötzlich hier ist noch einiges im verborgenen das sind die überraschungen im leben ich glaube du möchtest beruflich auch noch mal hier was wissen lege ich da richtig oder falsch okay naja gut dann kann ich das anders deuten 64 okay aber du schaffst deine ziele und die finanzen die stabilisieren sich ja habe ich auch damit erfüllst du dir hier die wünsche hauptsächlich hier sehe ich das so ich würde sagen wintermonate februar da muss irgendwas sein wo du sagst ja das wollte ich das hole ich mir jetzt kann kauf sein oder ja und du handelst auch hier sehr spontan habe ich irgendwas vergessen hast du noch eine spezielle frage darauf entschuldigung ja spiritualität habe ich ja aber dann so ja auf selbstständiger basis logisch mhm mhm das habe ich so das entpuppt sich jetzt ganz äh äh brisant in den nächsten drei bis vier monaten mhm mhm ja woll viel erfolg alles liebe tschüss gute nacht ach gute nacht ach gute nacht ich brauche noch zwei stunden bis ich ins bett komme mhm so ja Ja, ich warte auf die nächsten Runde, indem ich hier, hallo hier ist Janett, Erika, jawoll, ein Highlight, aber gerne noch. So, hast du einen festen Partner? Da purt sie die Liebe raus, das ist sogar der schnelle Weg und der liegt auch hier. Also mit dem kannst du super gute Gespräche führen, ihr ergänzt euch, also über alles reden, das finde ich ganz wichtig und toll zwischen zwei Menschen. Der hat so ein bisschen hier so, ja, ich möchte fast sagen Krankheitsthemen, aber das kriegt er hier in den Griff, der hat schon vieles durchgemacht, dieser Mann. Und ihr werdet hier beide, ihr habt so auf einer Ebene gleiche Ziele, gleiche Wünsche, ihr seid spiegelgleiche und das werdet ihr hier gemeinsam vollbringen. Spiritu, eine Weiterbildung sehe ich im Moment keine, das heißt aber gar nichts, das heißt jetzt einfach schlicht und ergreifend in diesem Jahr nicht mehr. Und ansonsten sehe ich aber hier, du gehst weiter, also du bildest dich schon noch weiter, da kommt noch einiges in die Gänge. Alles Liebe wünsche ich dir, viel Erfolg, tschüss. Ja, was fühlt er oder sie, was denkt er oder sie, was tut er oder sie. Vielleicht haben auch sie gerade jemanden kennengelernt, wissen noch nicht so genau, woran sie sind, wie derjenige denkt oder fühlt, wo ihr Platz ist an seiner Seite, wo sie stehen. Das kann ja, manche Menschen, die artikulieren sich halt nicht so richtig, können sich manchmal nicht artikulieren, tun sich halt schwer, Gefühle zu äußern oder manche wissen auch nicht richtig, was sie wollen. Ja, ich lade Sie sehr herzlich ein, hier an dieser Runde teilzunehmen, wie gesagt, Sie gestalten die Sendung hier mit. Ich beantworte Ihnen gerne jede Frage. Später kommen wir wirklich, wie gesagt, auch zu den Engelbotschaften, aber jetzt machen wir hier noch ein bisschen weiter mit dieser Runde. Und jede Beratung ist verschieden. Hallo, hier ist die Annette. Ja, hallo. Hallo. Die Ereignisse, aber klar doch. Hui. Also der Baum hat Power, da muss schon irgendwas Großes, Einschneidendes kommen, aber nicht im negativen Sinne, keine Angst kriegen. So, dann schauen wir mal her, was da kommt. Bist du in der festen Partnerschaft? Ja, aber kann es sein, dass da auch irgendwas ist, was dir an dem vielleicht nicht so gefällt, irgendetwas Irritierendes? Richtig, schau da bitte genau hin, weil, ja, ich weiß es nicht, ob du alleine, ja, du weißt schon, was ich meine. Bitte, vorsichtig sein, gefällt mir nicht so gut, würde ich aufpassen. Ansonsten, weiß nicht, im häuslichen Bereich, geht es da bei dir um Verträge? Ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass du umziehst oder so, aber hast du irgendwie, dass du was untervermietest oder hast du noch irgendwie, Ich habe im häuslichen Bereich die Verträge liegen, ja, auch mit dem Geld, aber ansonsten, hier, du denkst hier sehr viel nach, also, das, weil hier in der Liebe, ja, muss ich eher, ich bin ehrlich, keine Märchenstunde. Hier stimmt was nicht, dieser Mann, pass auf. Ich wünsche dir alles Liebe, tschüss, bitte gerne, tschau. So, ihr Lieben, achtet bitte wieder unten auf das Laufband mit den Mitmachregeln. Hallo, hier ist die Annette. Heidelinde, guten Morgen. Entschuldigung, aber es gibt doch ganz viele mit diesen Namen, das ist doch, okay, gut, entschuldige bitte. Okay. So, du hast Entscheidungen zu treffen. Und ich sehe jemanden in deinem Leben, dem es nicht gut geht, der ist kummerbeladen. Und ich habe hier die eine oder andere, ja, muss ich sagen, Behörde, ja, ich habe hier keine Schwierigkeiten, aber da läuft nicht alles glatt. Ansonsten habe ich hier einen Umbruch, vor dem du keine Angst haben brauchst, das geht alles zum Positiven aus. Ich habe dir das jetzt so verpackt, dass du dir da die Antwort so ein bisschen aussuchen kannst, versteckt, weil ich dich hier, ich mag dir nicht zu nahe treten. Ja? Ich hoffe, du fängst was damit an. Nein, es ist kein Umzug, ein Umbruch, ein Umbruch, ein Umbruch, ein Umbruch. Positiv, nichts Negatives, da brauchst du dir jetzt nichts, die Sache zum Positiven, der gute Ausgang. Bitte gerne, alles Liebe. So. Ich bin Annett Unterberger, ich bin hellsichtiges Medium für die, die mich noch nicht kennen. Ich stelle Jenseitskontakte her, ich erhalte Botschaften aus der geistigen Welt. Ich übermittele dir Engelbotschaften. Und heute Abend legen wir Karten. Die Zeitkarten sind unheimlich wichtig, weil ich euch präzise Zeitangaben vermitteln möchte. Ansonsten kann ich euch im Grunde genommen die Fragen auch so beantworten, ohne die Karten. Aber die Karten sind auch wirklich ein guter Wegweiser. Man kann wahnsinnig viel rausarbeiten mit den Karten. Hallo, hier ist die Annett. So, Brigitte. Ja. Ich schaue es mir mal an, schnell. Ich schaue es mir mal an, schnell. Gut. Die nehmen wir hier, die müssen wir beachten. Ich mache das jetzt ganz schnell her. Also, die konkrete Frage, stell noch mal eine ganz konkrete Frage in einem Satz, bitte. Ich habe da eine neue Basis im finanziellen Bereich. Und da sehe ich im Moment aber Streit ums Geld. Kann das sein? Also zumindest die Verhandlungen, ja. Aber die, die sind positiv hier. Die lassen nur länger auf sich warten. Und dann habe ich hier die Basis, dass ich sage, jawohl, da kommt Geld. Ja. Das liegt auch in der Zukunft, das Geld, wenn ich das zerspiegle. Ihr braucht nichts machen. Nein. Der, der liegt hier, der Betrug, ja. Den habe ich hier. Da sind ganz viele Unklarheiten. Und da, da, da ist jemand, ich sage, es ist eine männliche Person, der wartet ab und beobachtet die Lage. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Hoffentlich habe ich da die richtige Ausdrucksweise gewählt. Gut, aber dazu kann ich gar nichts sagen. Aber ich sage, ich denke, du stehst da, du hast da ganz gute Karten, ja. Die Karten sagen, dass es gut ausschaut. So ist es. Wenn es so sein soll, dann soll es auch so sein. Tschüss. Bitte gerne. Ciao. Wir machen jetzt ganz schnell die Infos, liebe Zuschauer. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, weiter geht's, liebe Zuschauer. Deine Frage bitte. Wir sind hier immer noch in der Runde die Gefühlsebene. Was denkt er oder sie? Was fühlt er oder sie? Was tut er oder sie? Oder ihr holt euch euer Highlight ab, was in der nächsten Zeit, im nächsten halben Jahr auf euch zukommen wird, schwerpunktmäßig, welche Themen anstehen. Welche Entscheidungen ihr vielleicht treffen müsst. Vielen Dank. Bitte schön. Danke. Und später gehen wir dann auch zu den Engelbotschaften über, zum Engel-Reading. Ja, könnt ihr auch Fragen stellen. Ich lade jeden von euch sehr herzlich ein. Wer ist hier mein nächster Anrufer? Hallo? Guten Morgen, Helga. Das Highlight aber gerne doch. Das Highlight aber gerne doch. So. Also ich habe bei dir hier, sage ich, Hürden im täglichen Leben, sage ich jetzt einfach mal, die nehmen ab, das wird hier besser. Und ich habe auch hier, sofern es jemanden gibt bei dir im Leben, für mich hat der Kummer, der ist traurig. Gibt es einen Mann in deinem Leben? Ja. Ja, der ist traurig. Der hat aber in irgendeine Sache kein Vertrauen. Das hat jetzt nicht unbedingt mal mit dir zu tun. Da gibt es, da hat er echtes Vertrauen verloren. Und wenn ich nach den Kindern gucke, dann sind die aber auch, ja, nee, die sind so ein bisschen auf Abstand, aber die kommen wieder. Da bin ich mir ganz sicher, dass die wieder kommen. Und ich sehe auch, dass es hier weitergeht und dass alles gut wird. Haben die Kinder vielleicht irgendwas mit häuslichen Verträgen zu tun? oder das werdet ihr tun? Das werdet ihr tun? Das geht in Frieden. Doch, das kriegt ihr hin. Ja? Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Alles Liebe. Tschüss. Bitte meine Zuschauer, achtet wieder auf das Laufband mit den Mitmachregeln. Hallo, guten Morgen. Wer bist du? Gut. Ja. Ich schaue nach. Was sagst du? Ja. Das Geschenk liegt hier. Das beantworte ich dir mit Ja. Schau mal, da ist der Schlüssel zum Erfolg. Gut. Gute Frage. Also ich sage, von dem Sommer angerechnet noch gut, also bis spätestens nächstes Jahr im Februar, März. In der, in der Zeit, nee, 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 nee. Von jetzt angerechnet, also, äh, äh, äh. Ach so, ja, aber dazu, äh, da habe ich keine, die Zeiten, mein Kartenbild sagt, dass ich das bis, ja, und das, das gibt es ja auch, ja. Also laut Kartenbild, ja, also laut Kartenbild dürfte das bis, bis, bis in den März hinein längstens, bis spätestens März geklärt sein, dass das da ist. Mhm. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Vielen Dank, meine Liebe. Tschüss. So, wir nehmen jetzt die Engelbotschaft und mit dem Reading und den Rundumblick dazu. Im Rundumblick könnt ihr mir alle Fragen stellen, da sehe ich alles. Äh, schwerpunktmäßig, können wir dann auch mit den Zeiten schauen und die Engelbotschaft, eine Engelbotschaft und angeknüpft an ein Reading, ja. Hallo, wen darf ich hier am Telefon begrüßen? Die Engelbotschaft. Äh, ich bekomme rein, Peggy, dass du dir etwas wünschst. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was. Und sie sagen, du sollst da nicht um jeden Preis daran festhalten. Fängst du mir diese Aussage was an? Aha, okay. Okay, äh, Augenblick bitte. So, dazu ist zu sagen, Engel der Intuition, ja, dass du auf deine Eingebungen und auf deine Zeichen, die du bekommst, dass du da konzentriert bist und da mehr rein spürst. Zeichen, das kann ein Lied im Radio sein, was sich oftmals wiederholt. Das kann, wenn du da drauf guckst, äh, steht das Plakat, Liebe, das sind auch alles Zeichen, ja. Und, ähm, du, du musst auch nicht immer alles erzählen, ähm, was zu dir kommt und, und wie du was denkst oder fühlst, behalte das ein bisschen für dich. Und ich kann dir sagen, dass du wirklich, sie sind an deiner Seite, nachts, wenn du schläfst und sie bringen dir auch im Schlaf die Botschaft dazu. Ja, alles Liebe wünsche ich dir. Bitte gerne. Tschüss. Eine Engelbotschaft mit einem Reading. Ihr könnt mich alles fragen, ich überbringe euch die Botschaft. Oder einen Rundumblick, das ist das größte Geschenk. Dann haben wir das breite Spektrum. Alles, was los ist, kann ich euch sagen, was kommt. Und über den Rundumblick auch echt bis ins letzte Detail kann ich euch alles erklären, Potenziale rausarbeiten. Wenn du mir sagst, mein Sohn, der weiß nicht, was er werden möchte, schaue ich mir den Sohn an. Wo sind seine Stärken, seine Schwächen, welche Berufswahl wäre die beste. Es gibt viele Beispiele, was man fragen kann, was wir rausarbeiten können oder welche Entscheidung ist die richtige. Vielleicht stehen Sie für eine berufliche Entscheidung, wo Sie fragen, soll ich den Weg gehen oder den Weg gehen. Selbstverständlich kann ich Ihnen auch die Gefühlsebene anbieten und die Ereignisse sind auch noch mit dabei. Also, ihr habt die Auswahl. Entschuldigung, wenn ich jetzt Sie und Ihr, Du, wenn ich da ein bisschen mische. Und im Übrigen wollte ich sagen, ich duze meine Kunden immer. In dem Moment, wo ich meinen Kopf einschalte und förmlich werden muss, haben wir schon verloren. Ich bin wirklich hier bei der Sache und da spielt Förmlichkeiten, das spielt für mich keine Rolle. Das müssen wir weglassen, da entschuldige ich mich dafür. Aber ich glaube nicht, dass ich mich dafür entschuldigen muss. Ja, wir sind bald in der zweiten Stunde, noch drei Minuten. Und da darf ich den nächsten Anrufer begrüßen. Guten Morgen, hier ist die Annette. Edeltraut, meine Liebe, was darf ich für dich tun? Aber selbstverständlich darfst du. Ich höre dich sehr gut. Hörst du mich gut, Edeltraut? Gut, super. Ja. So, Edeltraut, dann legen wir gleich los. Hast du eine bestimmte Frage, Edeltraut? Um was? Das habe ich jetzt akustisch leider. Fitalität, okay. Also die Fitalität geht bei dir in die Stabilität. Also Fitalität, großes Plus, habe ich hier. Und nicht so viel nachdenken. Ich habe das wirklich gut. Und hier liegt die Stärke sogar noch mal hier auf. Ich sage jetzt einfach, Lebenskraft, Fitalität. Nur, wenn du zu viel denkst, dann ist das gestört. Und stell sie nicht in Frage. Habe ich auch hier eine Bombenkarte? Fitalität? Es geht voran. Ich glaube an dich. Darf ich sonst noch was für dich tun? einen Zeitraum, in dem Moment, wo du aufhörst, das negativ zu sehen und überhaupt auf die Idee zu kommen, das in Frage zu stellen. In dem Moment geht es sofort bergauf. Und ich habe das auch hier zumindest kontinuierlich. Jetzt nicht mit riesen Schritten, ja. Aber kontinuierlich. Und ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank, Edeltraut. Alles Liebe. Ich dich auch. Tschüss. So, wir machen ganz kurz wieder die Infos. Und dann bin ich wieder sofort für euch da.